Und damit Moinzen zur zweiten Ausgabe vom VfB-Jugend-Podcast. Es ist ein bisschen her, letzte Länderspielpause wurde nicht genutzt aufgrund von Krankheit. Bei mir war es, glaube ich, jetzt sind wir beide immer noch so ein bisschen angekränkelt, sage ich mal, aber es geht wieder. Ich fange erst mal an mit U17, U19 kurz und dann holen wir den guten Marcel wieder rein zum VfB 2 oder auch der VfB U21, wie immer man es auch betiteln will genau und sprechen dann darüber, da zu Themen natürlich ein bisschen ausführlicher. Die U17, aktuell erster Platz in der B-Union Bundesliga Süd oder Südwest. 25 Punkte aus neun Spielen geholt, zweiter Unterhaching hat einen Punkt weniger, dritter sind die Bayern mit vier Punkten weniger. Die haben jetzt ein paar, ja, doch schon wichtige Ergebnisse geholt. Ein 3-1-Sieg zu Hause gegen Hoffenheim in so einem Möchtegern-Derby. Den richtigen Derby-Sieg haben sie geholt am 6.11. auswärts, 3-0-Sieg beim KSC. Dann habe ich noch einen Namen, der auch später nochmal kurz vorkommt. Dennis Simon, da gab es einen kurzen Tweet vom VfB zu. Fand ich einfach sehr interessant, weil der Typ ist 15, sieht erstmal aus, als wäre er 2021 oder so. Also sieht von Staturen alles nicht aus wie 15, ist Torwart. Und ja, der zockt jetzt einfach mit 15 Jahren in der U17 oder auch schon, glaube ich, drei oder vier Einsätze waren es, glaube ich, hat er in der U19 bekommen. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Zu dem jetzt noch übergehen. Die haben auch ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Ticken länger her natürlich jetzt auch, ne. Zwoter, Zehnter war es. Da haben sie mit 4-1 schön in München gewonnen. Auf deren Campus sind aktuell auf Platz 2 in deren Liga 19 Punkte aus 8 Spielen. Der erste ist Nürnberg, hat aber auch ein Spiel mehr. Die haben 24 Punkte, dritter ist Frankfurt, hat auch ein Spiel mehr, sind aber der nächste Gegner. Die stehen auf 17 Punkten und auch im Pokal-Achtelfinal haben sie einen achtbaren Sieg geholt. Am 7.11., das ist schon ein bisschen aktueller, da haben sie mit 1 zu 3 in Leverkusen gewonnen. So ein bisschen News-mäßig mache ich kurz noch weiter mit der VfB 2, bevor dann Marcel endlich zu Wort kommt. Und da wurde natürlich auch jetzt mal der eingeschlagene Weg weitergeführt. Am 29.09. wurde mit Thomas Krücken langfristig verlängert, dem Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Ein Spieler hat es schon mal geschafft, den Schritt nach oben. Nach dem Kral-Abgang zu Frankfurt wurde Florian Schock nach oben gezogen als dritter Keeper. Auch aufgrund der Corona-Fälle war der wirklich sehr oft schon, oder ja, in letzter Zeit öfter nah dran am Debüt. Gerade gegen Gladbach war es sehr, sehr knapp und hat es dann doch noch, Bredlow irgendwie gefühlt eine halbe Stunde vor Spielbeginn doch doch aus der Quarantäne rausgeschafft, hat doch gespielt von mitgenan. Da hätte er fast in der Startelf gestanden, der Florian Schock. Dafür wurde da noch der Nikolas Klaus geholt vom FC Basel, wurde für die U21 vom VfB verpflichtet. Und auch die, nicht so viel wie beim VfB 1 quasi, den Profikaler, aber auch die haben Verletzungspech. Langfristiges Verletzungspech mit Jordan Mayer und Wolf und auch Hornung, der wegen seiner Schulter, glaube ich, auch sogar jetzt eine OP hinter sich gebracht hat. Und jetzt sind wir endlich da. Jetzt wird es vom Monolog zu einem Podcast. Wir quatschen über den VfB, über die VfB U21. Mit dir, Marcel, wie geht es dir? Hi, danke, dass Sie dabei sind. Auf mir geht es sehr gut. Bin leicht auch gerade noch angeschlagen. Ich glaube, das ist gerade ganz normal, gerade in der Zeit. Geht aber auch schon wieder gut. Absolut. Also seitdem wir das letzte Mal gequatscht haben, habe ich schon gesagt, war glaube ich am 4. September, habe ich glaube hochgeladen, am Sonntag muss auch gewesen sein. Es sind zwölf Spiele von der VfB U21 gewesen. Drei Siege, fünf Unschieden und vier Niederlagen. Die Siege kamen recht früh. Das waren drei aus vier im September noch. Letzter Sieg am 24.9. Jetzt heute auch brandaktuell. Gefühlt eine halbe Stunde vor unserer Aufnahme. Sie haben es abgepfiffen. Mit 3 zu 1 bei den Kickers Offenbach verloren. Das war die erste Pleite nach fünf. Unentschieden am Stück. Nicht so optimal. Jetzt ist man gerade so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen im Tabellenmittelfeld, ein bisschen im Niemandsland aktuell. Auf Platz 11. 19 Mannschaften gibt es dort. 20 Punkte aus 17 Spielen geholt. Und wie stellt sich so gerade die Stimmung dar beim VfB, wenn der letzte Sieg so lange her ist? Also ich denke mal, klar ist jetzt die zweite Saison, wie auch bei der ersten Mannschaft. Wir sind aufgestiegen vor zwei Jahren aus der Oberliga Baden-Württemberg. Haben dann letztes Jahr eine gute Saison gespielt und können eigentlich mit dem 11. Platz gerade ganz zufrieden sein. Der Aufstieg ist momentan kein Thema, auch wenn wir vielleicht die Spieler dafür haben. Dafür sind einfach Mannschaften wie Ulm, Elversberg oder auch Offenbach Kickers oder Mainz 05-2 zu stark. Gewonnen wurde jetzt dann im September, also gewonnen wurde erstmal noch im September auch gegen Mainz 05-2. Das hatten wir brandaktuell in der letzten Folge drin. Danach kam das andere Mainzdorf gesagt. 4-2-Heim-Sieg gegen TSV Schott Mainz. Das waren wirklich drei Sieger am Stück. In Pirmasens noch gewonnen, dann knapp gegen Balingen verloren, äh, gegen, ja, gegen Balingen mit Haar verloren und gegen Balingen ohne Haar hat man dann gewonnen mit 1-3, das war jetzt das Sieg dann. Und danach kommen halt so Geschichten wie VfR Ahlen, wo man verloren hat, Gießen verloren und dann wirklich fünf unentschieden am Stück. Steinbach-Heiger, Groß-Astbach, Frankfurt, Homburg, Elversberg. Was hast du so aus den Spielen mitgenommen? Waren da Spiele dabei, die wir halt nicht auch gewinnen können oder waren manche auch dabei, wo man sagt, ey, Glück gehabt, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben? Also bei Ahlen, das hat schon ein bisschen, ja, ich habe gerade das Ergebnis nicht mehr vor Augen. Das war ein 1-2 ganz knapp. Das war ein 1-2, genau. Das war oben auf der Waldo, da hat der Trainer von VfR Ahlen auch ein bisschen, ja, die Chefrolle raushängen lassen und zu sehr ernst genommen, hat ein bisschen die VfB-Fans provoziert, weshalb es so eine kleine, ja, Wortrage in Laik haben zwischen VfB-Fans und eben dem Trainer von VfR Ahlen. Ja, ein Punkt wäre das sicherlich verdient gewesen. Trotzdem, man hat einfach in vielen Spielen zu schlecht verteidigt, meiner Meinung nach. Man hat Chancen liegen lassen, man hat keine Spielideen gehabt, weshalb man auch öfters umgeschlägt hat. Man hat nicht oft mit der gleichen Mannschaft jetzt gespielt in der letzten Zeit. Jetzt bei den Unentschieden hat man wieder so langsam das Selbstvertrauen gewonnen. Trotzdem hat man Gegentore bekommen, die man hätte verteidigen können. Und ich glaube, wenn man jetzt noch das schafft, die Gegentore, die man verteidigen kann, auch zu verteidigen, dass man in Zukunft vielleicht auch die Null hinten halten kann wieder. Und vielleicht mal auch, wenn es nur 1-2-0 ist, Schicks zu gewinnen. Ja, da sind ja auch wirklich dabei, wo ich jetzt einfach mal, wie gesagt, komplett ungeschult in dem Thema. Sagen wir, das klingt nicht so verkehrt. 1-1 gegen Groß Asbach, 1-1 gegen FSV Frankfurt. Das sind dann schon Teams, die auch mal in der dritten Liga waren. Also es klingt gar nicht so verkehrt. Ja gut, also wenn man jetzt die Tabellen anschaut, Frankfurt ist gerade auf Platz 17 aktuell. Elversberg auf Platz 3. Das ist halt wirklich krass, dass wir gegen die einen Punkt geholt haben. Aber gegen Frankfurt, das sind so Geschichten gegen Groß Asbach, die sind 13, das war quasi ein direktes Duell damals, vor ein paar Wochen. Da sind wir mit 1-0 in Rückstand geraten. Allokul hat dann kurz nach Anpfiff das 1-1 gemacht. Und ja, war ein tolles und heilsames Spiel. Asbach war selbst vor Ort. Man hätte vielleicht den einen oder anderen, ja, Schuss noch ins Netz befördern können. Aber so ist es. Ja, dann kamen zwei Unentschieden am Stück. Also weitere Unentschieden, aber zwei 0-0 am Stück, das muss ich eigentlich sagen, gegen Homburg und gegen Elversberg, wie gesagt. Und dann heute, brandaktuell, 3-1 verloren bei den Kickers Offenbach, die auch gerade Platz 4 sind. Also es war schon so ein bisschen zu erwarten, oder? Ja, schon. Also gerade durch die fünf Unentschieden hat man gedacht, okay, vielleicht kommt jetzt mal wieder ein Siegball raus, vielleicht hat man jetzt mal daraus gelernt. Es sind auch viele englische Wochen jetzt in letzter Zeit gewesen bei der zweiten Mannschaft. Kickers Offenbach ist schon eine schwere Mannschaft. Wer jedes Jahr um den Aufstieg mitspielen, hat es die letzten zwei Jahre nicht geschafft. Jetzt sind sie gerade, jetzt bin ich nicht toll, ich glaube zwei oder drei Punkte vom direkten Aufstiegsplatz entfernt. Nur der erste steigt zu viel. Ich weiß auch, der zweite müsste in die Redikation kommen. Der Sieg wäre natürlich heute top gewesen. 3-1. Sven Schiplock hat den Treffer erzielt. Ansonsten, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich kann dazu leider nicht viel sagen. Ja, das war ja dann auch ein Auswärtsspiel, aber cool, dass der Schiplock getroffen hat, der gute alte Kollege. Gut, am Ende des Tages kann man es auch doof sein, dass 2-1 sehen, weil dieses letzte Minute-Tor, ja, schön. Irgendwie nur 95. Vieles 3-1 noch, also mein Gott. Auch nicht schlimm und wie gesagt, sind ja auch was aufgestiegen. Da geht es auch hauptsächlich einfach um sich zu fangen, ähnlich wie bei uns in der ersten Mannschaft. Und da geht ein Elfterplatz dann doch klar, auch wenn natürlich der letzte Sieg jetzt ein bisschen her ist. Ich würde springen zu einem Ex-VfBler, zu Luca Mack, weil der hat ein Interview gegeben gehabt. Der Bild ist ja im Sommer zu, Gottes Willen, Uipest, Budapest gewechselt. Ist tatsächlich Stammspieler, jetzt 21 ist der Kollege, und das ist wirklich ganz geil, weil wir haben ja auch darüber gesprochen und da kommen natürlich viele Fragen, die auch wir uns gestellt haben zu dem Thema Jugend, ob es eben diese große Talente, ob es eine Talenteflucht gibt, ob man den Talenten in den Weg verbaut und da hat er eben auch Antworten dazu geliefert. Ich gehe das mal ganz kurz durch. Ich glaube, es sind vier Fragen hier von der Bild. Also der Schritt erstmal, ja, war so ein bisschen, ich will ins Ausland, er will mit seinem Spielen seiner Persönlichkeit reifen, also ist nicht so groß der Rede wert. Aber zum Thema Talenteflucht finde ich es ganz interessant, weil er wurde ja auch 2019 Vizemeister und Pokalsieger in dem sehr, sehr starken Jahr von der A-Jugend vom VfB. Und da hat er gesagt, da muss man die Spiele und den Verein verstehen. Natürlich versucht der VfB seine Top-Jungs zu halten, er kann aber auch nicht elf Spieler zu den Profis holen. Damals spielte die zweite Mannschaft noch in der Oberliga und die Jungs hatten einfach das Potenzial, in eine höhere Liga zu gehen. Auch die Frage, wie nah am Profikader war. Ich habe jeden Tag mit den Profis trainiert, war fester Teil der Mannschaft. Bei unseren Spielen war meistens ein Verantwortlicher von oben, der sich die jungen Spieler angeschaut hat. Die Trainer beschäftigen sich mit dir. Das gibt einem als Fußballer ein gutes Gefühl. Und die letzte Frage, mit der interessanteste, über die wir auch kurz quatschen können, was du dazu meinst, eben der Weg für den eigenen Nachwuchs nach oben, ob der verbaut wird, durch die Bild nennen und hier Beyers, Fahir und Sanko beispielsweise. Und da sagt er, ich glaube, es ist kein VfB-Problem, sondern gehört einfach zum Fußball dazu. So konkurrenzfähig muss man in diesem Geschäft sein. Wer gut genug ist, wird sich am Ende durchsetzen, egal wie viele Spieler von außen dazugeholt werden. Ich habe es immer so wahrgenommen, dass jedes Talent aus dem eigenen Nachwuchs beim VfB eine faire Chance bekommt. Der Erfolg letzten Saison gibt den Verantwortlichen recht. Was wäre so dein Kommentar gerade zur letzten Antwort von ihm, dass es einfach so ist? Siehst du das ähnlich oder wäre da die Durchlässigkeit doch ein bisschen schöner, dann noch zwei, drei Jungs mehr hochzuholen zu unseren Profis? Also ich muss der Luca Mack schon ein bisschen recht geben. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, komme ich wieder mit dem Thema Marco Pasalic. Vertrag lässt man aufzulaufen und ist der beste Scorer beim VfB 2 in der letzten Saison gewesen. Er hat mir gesagt, er wollte gern verlängern, der VfB hat kein Interesse gezeigt. Wo ich mir, ich frage, hey VfB, jetzt sagt er immer, wir wollen Leute aus der eigenen Jugend hochholen. Holt dann aber das Spiel aus dem Ausland. Und klar, Konkurrenz, nur eine bessere Szene wie Marco Pasalic hast du in der zweiten Mannschaft nicht gehabt, der auch im Flügel spielen kann. So mit Konkurrenz ja, aber warum nicht Spieler aus der eigenen Jugend, die schon länger in der eigenen Jugend sind? Ich meine, klar, wenn man jetzt jetzt ein Sankt hochholt, ein Top-Talent, der in die U19 damals gewechselt ist und dann über die U21, weil Spielpause wegen Corona in der U19 war, dann in die erste Mannschaft, in der derselben Saison noch hochkam und da ist eine erste Spiel mit uns sammeln durfte. Warum holt man solche Leute, wenn man Spieler aus der eigenen Jugend hat? Klar, sind Top-Talente, die vielleicht bei uns, weil wir ja quasi der Ausbildungsverein schlechthin sind in den letzten Jahren, der bei uns Spielpraktiken sammeln kann und dass er in den nächsten zwei, drei Mal Bayern spielen kann, doof gesagt. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall ganz schön, dass er auch noch gesagt hat, ich habe, das ist auch die große Headline von der BILD, ich habe mich beim VfB super entwickelt. Man muss ja auch so ein bisschen sagen, wenn er unten sagt, dass es nicht unbedingt daran liegt, dass man irgendwie Fremdheit tut, sondern wer gut genug ist, der schafft es auch und man wechselt eben selber dann nach Budapest, wo immer ein Stammspieler ist, aber dann hat er halt den Schritt beim VfB auch nie so zu 100% gepackt gehabt. Dann machen wir so ein bisschen Richtung brandaktuell weiter, also wir haben gesehen, jetzt auch wieder wie von der U21 oder wie die U21 für Spielpraxis genutzt wird, für Spieler vom Profikader quasi, die gerade in einem Comeback arbeiten, beispielsweise weil da jetzt ein Enzo Milot da schon mal gespielt hat, aber eben auch einen Philipp Förster hat auch getroffen in seinem Spiel oder war ja mehr wahrscheinlich dabei, aber hat auch in dem Spiel getroffen. Hast du das Spiel vielleicht sogar zufällig gesehen oder wie ist es so generell da so ein Bundesligaspieler dann statt eben im Pokal gegen Köln war es damals beispielsweise, dann in der vierten Liga auflaufen zu sehen? Merkt man da einen Niveauunterschied oder fällt dir einfach dann so ein bisschen rein in diese anderen zehn Spieler auf dem Platz? Also die zweite Mannschaft ist ja im Grunde dafür, dass man Spieler auch von der ersten Mannschaft wieder aufbaut, die eben verletzt waren, so wie du gesagt hast, da kann theoretisch Silas spielen, Kalajci spielen, das ist noch keine Wettbewerbsverzerrung, dafür ist die zweite Mannschaft auch gedacht. Klar wäre es natürlich unfair, wenn man jetzt die Hälfte von der ersten Mannschaft, wenn Silas fertig ist, wenn Kalajci fertig ist in der zweiten Mannschaft spielen lässt, um sie wieder aufzubauen, die haben zu viel Qualität dafür, sag ich jetzt mal. Philipp Först entgegen, klar kann man sich darüber streiten, die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn nicht, die einen fragen sich, warum steht der immer an der Startelf, weil Matarazzo die anderen sagen, ey geil, Philipp Först für Fußballgott. Philipp Först hat so ein Kandidat meiner Meinung nach, er kann, wenn er will, nur manchmal will er zu viel oder zu wenig. In der zweiten Mannschaft zum Beispiel hat er das Tor mit rechts geschossen, aus der Drehung hat er aber mehrere Möglichkeiten, wo die Lücke da war, zentral mit links schönes langes Eck zu schießen, was er nicht genutzt hat. Ich finde, er muss noch ein bisschen an sich selber arbeiten, aber auch gerade Lilian Eckdorf kam jetzt nochmal schon zurück von seiner Verletzung, hat jetzt vor zwei Wochen, also letzte Woche quasi, im Heimspiel ja, beim Unentschieden sein Debüt oder sein Comeback wiedergegeben bei der zweiten Mannschaft hat leider kein Tor und keine Vorlage gemacht, aber wie gesagt, dafür ist die zweite Mannschaft da, um das Spiel wieder aufzubauen, nachdem sie quasi verletzt waren oder erkältet waren oder lange nicht beim Mannschafts-Trading dabei waren. Ja, dann haben wir so ein bisschen laufen gelernt, da kam jetzt auch gleich in meiner Stichpunktliste quasi, bei Förster war es wirklich so ein bisschen random, dass er damals nicht im Profikader war, weil er war ja glaube ich sogar eingewistet worden im Spiel davor, dann im Spiel gegen Köln auf einmal U21, war ein bisschen überraschend, aber Eckdorf, wie gesagt, kam jetzt nach seiner langen Verletzung zurück und da ist natürlich bei ihm das Ding sehr, sehr groß mit diesem, ey, das ist der Spieler aus der eigenen Jugend, den haben wir aus dieser U19-Vizemeister und Pokalsieger Generation, sage ich jetzt mal, den haben wir gehalten, den wollen wir aufbauen, das ist der nächste große Star, ganz übertrieben gesagt, so kommt es ja schon so ein bisschen rüber, jetzt hat er natürlich einiges gestockt, wegen diesen vielen und langen Verletzungen, wie siehst du so, das schaut auch schon länger die Jugend, also hat Eckdorf auch schon ein bisschen länger gesehen, dann auch in U21 vielleicht schon, wie siehst du so seine Chancen, könnte er dem Hype gerecht werden oder ist das noch ein langer Weg dahin? Also Eckdorf ist ja jetzt fast das ganze Jahr ausgefallen, nachdem man, ich glaube, Mittelfußknochenverletzungen oder sowas hatte und er hatte am Anfang viel Potenzial gehabt, Daniel Didar, wie kann ich mich noch ans Interview erinnern, hat er gesagt, er sieht Eckdorf als sein Nachfolger auf der 10, dank halb ihm die große Verletzung, ich glaube, er hatte ein, zwei Spiele sogar in der 2. Liga damals schon gehabt, wurde natürlich eingewechselt, aber mittlerweile ist sein Talent, momentan stand jetzt meiner Meinung nach ein bisschen verflogen beziehungsweise ein bisschen weiter nach hinten gerückt, klar, er hat noch Talent, er ist noch jung, trotzdem, ich weiß gerade nicht, wie es dann aktueller stand ist, er hat jetzt in der zweiten Mannschaft gespielt, so viel hat man noch nicht von ihm gesehen, quasi, ich finde, man sollte ein bisschen jetzt abwarten, wie er sich im Training entwickelt, wie er bei der zweiten Mannschaft jetzt spielt, vielleicht trifft er ein paar Mal, vielleicht macht er einige Vorlagen, vielleicht schafft er wieder diesen Hype auf den Platz zu bringen, den er damals schon hatte. Ja, aber ganz logischerweise natürlich, die Einschätzung würde ich voll mitgehen, ohne jetzt wie gesehen zu haben, aber wenn der so lang raus ist, also, da muss ich einfach zurückarbeiten, wer sich auch jetzt freuen durfte, über sein Bundesliga-Debüt, ist Matej Maklica, kam für die letzten paar Minuten rein gegen Bielefeld, ist ja eigentlich Innenverteidiger, auch sehr groß gewachsen, wurde dann gegen Bielefeld so ein bisschen verzweiflungsmäßig, ich vergleiche es immer schon mit dieser Bayern-Zeit damals, wo immer, ich glaube, Louis van Haal war es beispielsweise, der Michaelis oder vor allem den Van Beuthen einfach vorne auf einen Elfmeterpunkt dann geparkt hat, um noch irgendwelche langen Flanken reinzuschlagen, wenn es eng wurde, das wurde so ein bisschen mit ihm gemacht, stand am Tag danach, sogar auch direkt wieder in der Startung vom VfB 2, wie siehst du ihn, wie siehst du Maklica und vor allem, wie sehr freust du dich dann selber über solche Debüts, wenn man die eben in der Jugend noch sieht und eben sich vielleicht schon denkt, ey, der könnte es doch mal hochpacken und dann packen es die Jungs eben. Also Matej ist ein Spieler, der köpft jedem alles weg, der ist schon mal als der Innenverteidiger, so wie du schon gesagt hast, er ist schnell, er ist zweikampfstark, er hat einen guten Körper, knapp zwei Meter groß, er sieht eigentlich gar nicht so aus in seiner Freizeit, wenn man ihm so auf der Straße begegnet, wie wenn er so der Hühne ist, ist so wie Holger Badstuber, in der Freizeit sieht er relativ dünn aus, auf dem Platz ist statt der Big Boss, was die körperliche Masse angeht. Man könnte ihn quasi so vergleichen als zweiter Mafropaner, nur der zweiten Mannschaft, meiner Meinung nach, nur leider nicht so aggressiv wie Mafropaner. Schön wäre es natürlich, ihn jetzt in den Sturm reinzubringen, ja, Verzweiflung, man liegt hinten, man braucht große Stürmer oder große Leute jetzt vorne. in Hoffnung, das, was aus ihm wird, also er ist damals, glaube ich, aus der Oberliga zu uns gewechselt, in die zweite Mannschaft, war er dann auch erst mal nur Backup, Backup und hat sich dann relativ schnell reingearbeitet, spielt jetzt momentan Stamm, wenn er nicht verletzt ist und darf auch mit der ersten Mannschaft öfters mittrainieren. Ja, das ist die perfekte Überleitung zur Kategorie Länderspielpause, sage ich jetzt mal, weil natürlich logischerweise, weil viele auf ihren Länderspielpreisen unterwegs sind, auch einige aus der VfB-Jugend im Profiträgen dabei waren. Aus der U21 war das eben auch Makliza, genauso auch Luca Bazzoli und auch Alu Kohl und aus der U19 kamen dann Alexis Tibidi und Lukas Laubheimer kamen da hoch, durften natürlich auch dann schon, im Testspiel hast du auch schon angesprochen gehabt, ein paar Minuten bekommen, Alu Kohl mit dem Siegtreffer in der Schlussminute, 1-0 Siegtreffer gegen den FC Zürich, wenn ich jetzt mal das Team durchgehe, wir waren da so nie dabei, Bazzoli wurde eingewechselt, wenn ich es richtig sehe, Laubheimer auch, Makliza auch und natürlich auch Kohl, von Beginn an gespielt tatsächlich hier Alexis Tibidi, der jetzt auch, habe ich vorhin angesprochen, in München beispielsweise brilliert hat beim 4-1-Sieg, auf den stecken ja viele gerade ihre Hoffnungen. Gibt es da vielleicht so einen aus dem Stehgreif bei dir im Kopf, der dir vielleicht gefehlt hätte? Aus dem U21-Kader, wo du sagen würdest, ey, den hättest du jetzt auch mal die Chance nutzen können, den vielleicht hochziehen? Hast du da vielleicht einen Liebling aus dem Kader? Ja, also momentan wäre gerade relativ stark in der zweiten Mannschaft, ist Julian Kudala, rechter Flügelspieler meistens, kann auch auf linken Flügelspielen. Wer mir auch ziemlich gefällt, war Dominik Notenagel, hat gegen Barcelona ein super Spiel gemacht, genauso wie Manuel Polster. Ich finde, ein paar Spieler aus der zweiten Mannschaft könnte man vielleicht noch öfters jetzt ins Training mit einbeziehen oder bei Länderspielpausen nutzen. Klar, man kann nicht alle Spieler testen, das ist klar. Ich finde auch, ein Spiel in der Länderspielpause reicht völlig aus, um eben nicht zu viel Belastung oder nicht zu viele Verletzte quasi im Kader zu haben, aber auch Leute testen zu können. Jordan Mayer hingegen ist da manchmal auch so ein Kandidat, hat einen Profisvertrag, hat in der ersten Mannschaft mitgespielt, in der Vorbereitung mitgemacht und wurde dann quasi in die zweite abgesetzt und wurde gesagt, hey, spiel mal in der zweiten Mannschaft, so nach dem Motto, vielleicht wird was aus dir, wurde jetzt in den letzten Länderspielpausen, glaub gar nicht, in der ersten Mannschaft richtig eingesetzt. Ja, aber ich glaube, der hat ja auch noch eine Verletzung gehabt, also der Stand ist auch von einem Post ein bisschen länger her, aber vielleicht war der, glaube ich, auch noch vor kurzem, was man natürlich auch in der Startelf noch sagen muss, dass natürlich in der Startelf auch ein Tongi Koulibaly ist, der jetzt auch, ja, auch aus U1, weil ich so ein bisschen hochkam, also der zweite Mann noch da gespielt hat, Momo Cissé war dabei, der auch seit Jahrhunderten verletzt war und auch Ito war ja, genau, Klimovic auch selbe wie Koulibaly natürlich und Ito, der war ja auch mehr oder minder eigentlich für euch eingeplant, doof gesagt, für die U1, die wurden da geholt, offiziell sogar, glaub auf Transfernmarkt.de, immer noch ausgeliehen, immer noch Kaufoptionen für nächsten Sommer, ich glaube, eine halbe Million ist es, aber ist eben jetzt auch schon absolut hochgestiegen in Richtung, das ist Startelf bei uns, deswegen habe ich ihn jetzt gar nicht hier noch groß mit reingenommen, Lernstiefpause heißt natürlich auch, dass Leute unterwegs sind, aus der ersten Mannschaft brauche ich die Namen, ich nenne es Hosa, Endo und Co., aber ich nenne es natürlich auch zur Jugend nochmal, wir haben hier nämlich Dennis Simon, den ich genannt habe, den 15-jährigen Keeper, genauso wie Luca Raimund für die deutsche U17, Raul Paula für die U18, für die U19 und U20 auf Abruf waren Antonis Aydones, eben hier ausgehend zu Dresden, dann Kudala, Laubheimer und Davino Knappe und dann quasi richtig dabei, nicht auf Abruf, ich glaube, richtig dabei sind Thomas Kastanaras, das ist der andere, der vorne abgeht, wie Schmitz Katze gerade, glaube ich, für die griechenländische U19, Jakob Suver, hat glaube ich auch auf jeden Fall gespielt, für die kroatische U18 und Luis Ribeiro für die portugiesische U18, die Kollegen sind unterwegs und zum Abschluss gehen wir zum Thema Sturmtalent, da habe ich einen Post gesehen, der kann man wieder rausheben, was wir da eigentlich, ja, wie viele Optionen wir tendenziell hätten, wenn wir weiterhin da vorne so viele Offensivprobleme haben, dass man irgendwen mal nimmt und ins kalte Wasser schmeißt, da hat jemand schön mal die Stats von vier Leuten rausgehoben, vor allem, also U19, Kastanaras, elf Tore, eine Vorlage, 17 Spiele, Alexis Tibidi aus zehn Spielen, vier Tore und vier Vorlagen und eben auch aus U21 hast du auch schon genannt, vorhin Manuel Polster, fünf Tore und zwei Vorlagen aus 15 Einsätzen und Alu Kohl mit sieben Toren hat keine Vorlage bisher gesammelt aus 15 Spielen und gerade zu den Kollegen und noch näher zu Kohl hat ein bisschen hat eine Aussage rausgehauen, das sind absolute Top-Jungs, Alu war einer der Rookies des Jahres in der australischen Liga, spielt bei uns in der zweiten Mannschaft und ist eine sehr gute Saison, ist immer wieder oben mit dabei, das gleiche gilt für Alexis Tibidi in der U19 als offensiver Spieler. Was sagst denn du so eindruckmäßig bisher zu Alu Kohl? Könnte man den mal hochziehen in die erste Mannschaft oder gibt es da noch einen anderen Stürmer? Zum Beispiel jetzt auch einen Polster, den man vielleicht wirklich mal hätte ins kalte Wasser werfen können, als Kalajic, Algaduja wirklich alles vorne ausgefallen ist. Würde ich, wenn es wirklich ein Not am Mann ist, dann könnte man es versuchen, aber ich finde Alu Kohl ist jetzt noch nicht so bereit, dass man sagt, okay, du spielst jetzt von Anfang an. Ich finde, vielleicht kann man ihn in den letzten 15, 20 Minuten mal reinbringen. Er hat viele Chancen, er nutzt sie auch, nur tut es sich manchmal schwer, überhaupt den Abschluss auszusuchen, genauso wie Manuel Polster. Er ist aggressiv, kommt sehr gerne über außen, nur ob er in der Bundesliga momentan aufgehoben ist, und es war jetzt nicht mehr Seife. Ja, wir werden gerade noch krasser gehypt, deshalb will ich dieser Kollege Alexis Thibidi, den wollen ja manche schon fast da ganz vorne mal sehen und hätten gefühlt gerne gegen Bielefeld gesehen, weil wir auch ganz offiziell ohne Stürmer gestartet sind, aber es ist ein ganz anderes Thema nochmal. Wir schließen ab mit dem letzten Gerücht, recht aktuell, also sehr aktuelles Gerücht zu Alu Kohl, der schon auch wie alle natürlich so ein bisschen mittelmäßig an die Profis herangeführt werden soll und jetzt schreibt die BILD davon, Michelin hat er schon gesagt, spielt eine sehr gute Saison, laut Michelin hat, die wird ihm zumindest von ihm gegeben, dass es eine sehr gute Saison ist, ein bisschen von Alu Kohl, das ist scheinbar, oder BILD haut das Gerücht raus, dass man ihn möglicherweise verleihen möchte in die zweite Liga und das auch vielleicht schon zur Rückrunde und das wäre auch meine letzte Frage, du hast schon was zu Kohl gesagt, aber wäre das ein Schritt, der sinnvoll wäre für Kohl und gäbe es da auch andere Spiele, wo du sagen würdest, die verschimmeln so ein bisschen deiner zweiten Mannschaft, dann hau die doch einfach mal in die zweite Liga rein und dass sie wirklich zeigen, was sie können. Definitiv ist das auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, also wenn die Gerüchte stürmen, ich würde mich richtig freuen, wenn Alu Kohl in die zweite Liga wechseln könnte, auf Leihbasis und eben Spielpraxis sammeln würde, gerade wie Toni Aydonis. Ja. Macht das so, bis zum Beispiel, ist ein paar Mal gewechselt worden, stand auch glaube ich ein, zwei Mal in der Startelf. Der hat sich absolut festgespielt aktuell, da habe ich erst irgendwann was fürs Praktikum so Leihspieler-Watch mäßig gemacht, der hat sich festgespielt in Dresden. Deswegen, das wäre wirklich, wirklich richtig eine super Option für ihn in der zweiten Liga zu spielen. Er ist in der Regionalliga gerade super drauf, wie gesagt, tut sich manchmal schwer, aber ich glaube, das lernt er noch und in der zweiten Liga wäre das wirklich top. Ja, absolut und dann sind wir am Ende. Viel haben wir drin gehabt, aber ist ja auch klar, nach den zwei Monaten Länge habt ihr einiges zu hören hier, glaube ich, auf den Sonntagabend, aber sehr, sehr interessant fand ich, also wieder vielen vielen Dank auch an dich für deine Aussagen. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, nächste Woche geht er wieder recht normal weiter mit Dortmund, es steht vermutlich oder sehr wahrscheinlich ein Video mit den guten Pöders an, die werden wahrscheinlich den meisten auch ein Name sein, die BVB-YouTuber und da hoffe ich mal, dass euch der Jugendbauter das gefallen hat, ist immer noch sehr, sehr viel mehr Aufwand als die eigentlichen VfB-News-Podcasts, weil da habe ich mir einfach durfte es ja wirklich einfach nur die Tabs raus und labere, hier ist wirklich ein bisschen was zu skripten, dafür macht es aber wirklich Bock, also ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, habe ich ja schon gesagt, damit danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören vor allem in dem Falle und bis zum nächsten Mal.